Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Hallo, ich bin Florian Streibel, Vorsitzender der Freien Wähler Landtagsfraktion. Ich habe meine Diätenerhöhung an den Deutschen Orden in Bad Tölz gespendet. Eine Einrichtung, die Alkohol- und Drogenabhängen hilft, ihre Sucht zu überwinden. Meine zweite Spende geht an den Sozialdienst katholischer Frauen, der in Garmisch-Partenkirchen ein Frauenthause unterhält. So unterstütze ich Menschen, die für unsere Gesellschaft gerade in der Corona-Pandemie ein unverzichtbare Stützer sind. Dankeschön. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion.